Sehr gut, Torsten! Ich hoffe, ich begrüße die Gäste! Sascha, liegen Sie aus, Mann! Sehr gut, Herr Torsten! Sascha hat den Kastbier verloren! Ja! Schön, Kaste! Piste! Erstes Tor vom TUS, erstes Tor in der Saison! Zwei Kiste! Igor, hast du drauf? Wer hat uns das gemacht? Ja, Jan! Zeig mal, Igor! Hat er noch? Klasse! Das ist der Ball, das ist der Ball! Nein, 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 nein! Heute hast du gelten, das Tor! War nicht der Zeit? Nein, nein! Du hast doch verdient! Du hast doch verdient! Jawoll, geil! Gut! Gut, ich bin jetzt gelten! Jeden Tag aufgebaut! Gut, ich bin jetzt gelten! Super Einsatz! Hast du trinken? Das stimmt. Wo guckst du? Da ist sie. Der kommt! Ja! Ja! 5.5! Alex! Alex! Alex, das war ja da! Ach, ich bin jetzt noch da! Und dann wollte ich etwas schneller? Nein, nein, ich muss ja! Der Kleine! Ja! Wir brauchen eine. Wir brauchen eine. Ich will noch mal eine Party wie gestern! Geh mal aus dem Spielfeld hier! Der ist ja riesig! Ich kann doch gewettert! Nein! Das ist ja völlig! Das ist ja völlig! Das ist ja völlig! Das war's nicht, das war's nicht der Lens! Das ist ja völlig! Das ist ja völlig!